...Nahme rot eingefärbt und das bedeutet, und dann sind wir unterwegs und die Frankfurter im Gewohn, Topwert 12 Tore nach Eckbällen zielt zu haben. In dieser Saison bislang noch Fehlanzeige, das ist jetzt der 34. Eckstoß in der laufenden Saison, noch kein Tor bislang nach Säuble. Kamada hat sich den Ball tick zu weit vorgelegt, mit 30 Jahren gab. Und jetzt die erste Torchance und die Nachschusschance für Daichi Kamada, nachdem Silva zuvor an Pavlenka gescheitert war. Und wenn man so will, nennt man das Effektivität pur. Erste Torchance für Eintracht, erstes Tor. Der eine ärgert sich, der andere, naja, nach Freude sieht das nicht aus. Sagen wir mal, Adi Hütter atmet durch. 34. Minute, 1 zu 0 für Eintracht Frankfurt durch seinen zweiten... ... oder anderen Kopfballstarken Spieler. Dran hat allen voran der Mann, der da gerade den erliefert hat, Bas Dostini. Ja, aber die Bremer nach wie vor... Kamada... Kamada... Ja, war zuletzt der Japaner noch am Ball, deswegen gibt's keinen Eckball, sondern Abstoß vom Tor des SV Werder Bremen. Können wir uns nochmal in Ruhe anschauen. Verlust von Moisander, dem Kapitän, und da gibt's das Foul von Groß an Kamada. Die Bremer sind natürlich jetzt auch... Insofern Premiere... Machen sie was draus, Kopfball, Hinteregger... Ja, und dann natürlich äußerst spitz der Winkel. Haben sie sich sicherlich selbst gegenseitig ein bisschen verunsichert. Kamada, auch wenn man sagen muss, dass die Eintracht vielleicht in der letzten fünf... Auf die erste Torchance in der zweiten Halbzeit muss man nicht lange warten. Und Moisander klärt, es brennt... Jetzt sich dann gleich mal ins rechte Mittelfeld auf die Position... Kamada... Er hat das Augenmerk auf die Defensivarbeit legt. Ausgeliehen... Und Frankfurt kommt schon wieder! Und zwar im Volk... Das Spiel wird, was den Verlauf angeht, eigentlich immer... Armin Younes... Dribbelstark ist er ja... Kamada... Doppelpass... Versucht... Aber bleibt's... Guck mal... Barcock... Boah... Ob das noch lange gut geht... Der Druck der Eintracht nimmt... Minütlich zu... Langer Ball von Rode... Zu lang... Für Daichi Kamada... Da bleibt unten... Josh Sargent... Josh Sargent... Sargent... 1-0 Werder... 51. Minute... Finsterer Blick von... Leichtsinn von Bom... Das kann teuer werden... Und jetzt muss er eigentlich drin sein... Und er ist drin... Fehler Bom... Oh, God, please!